Und, Errungenschaft freigespielt, Geschichtenerzähler. Wo sind denn hier Errungenschaften? Notizbücher? Archiv? Ah, hier sind die Quests. Ah. Du hast eben deine erste Errungenschaft. Yay! Und erhältst, wenn du bestimmte Meilensteine auf deinen Abenteuern, es gibt Errungenschaften für alle möglichen Dinge, vom Erreichen bestimmter Stufen, über das Entdecken neuer Orte, bis hin zum Besiegen von Feinden und dem Anhäufen von Gil. Zudem erhältst du Belohnungen beim Erreichen bestimmter Errungenschaften. Einige davon sind seit einer Waffen und Rüstung. Andere sind Titel, die deinem Anzeigennamen hinzugefügt werden können. Alright. Oh, ich wollte mal in mein Inventar gucken. Was haben wir denn hier? Heiltränke. Was hat welche Eigenschaften? Das kopiert man. Okay. Das ist zum Reparieren. Hier haben wir Heiltränke und Äther. LP? Äther ist für Mana, oder? Also hier... LP, LP. macht es Sinn, die hier oben auf die Leisten zu setzen? Ja, ne? Das will ich keine Ahnung. So. Jetzt wirst du Reparieren. Aber es dauert ein bisschen, bis man Ausrüstung bekommt, ne? Ah, ja, ich glaube, das habe ich mal gesehen. Da haben die dann hier vier Stücke oder so beieinander. Ich glaube, es steht auf Quallenstreifen. Diese Gräberzeug kann man essen. Wenn du auch Reden suchst, dann brauchst du nur durch das Sturmtor und dann ein Stück nach Osten bis zum Fluss gehen. Dahinter findest du gleich einen ganzen Schwarm. Okay, dann müsste ich, glaube ich, hier raus, ne? Aber ich glaube, wir sollten vielleicht vorher noch das mit den Ratten machen. Das hier sind... Kontaktperlen? Reparatur? Hi. 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 Platten der Gilder benötigt Hilfe bei der Beseitigung einer Plage. Du kennst doch die verrückte Brücke gleich hinter dem Sturmtor. Sie ruht auf Uckel. In letzter Zeit war aber häufig in sich berichtet, dass die Brücke knackt und klappert. Daraufhin hat Bederon eine Untersuchung angeordnet. Sie hat ergeben, dass die Metallplatten unter dem Einfluss von 3000 Dockratten bleiben. Deswegen möchte ich, dass du fünf Ratten in jede Brücke erlegst. Das sollte auch die übrigen Ratten vertreiben. Dann erstatte Bederon in der Ertränkensorgebericht. Welches ist denn jetzt das Steintor? Dark? Das hier, hier unten? Ankerplatz? Die Ortsnamen habe ich ehrlich gesagt nicht so drauf. Ja, ich soll durchs Steintor gehen, aber hier, da steht ja nichts. Oder sagt mir dieser Satzpfeil immer, wo ich dann raus muss. Wenn du Schafjahrt? Jo, scheiß so, ne? Die, die, die. 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 Na dann, lass uns mal gucken. Unteres Lenostra. Kartograf. Achso, das sind die Markierungen. Ich denke gerade. So, lass uns mal gucken. der zuerst eingreift immer 100 prozent und nicht mehr gehandelt wäre okay bei mit rechtsklick auto attack ja das ich gebe dir mit buch und reiner ich haue dir das buch ins gesicht herrlich ich gebe es dir hart mit dem buch so wir haben die käfer ja ja wissen ist macht erst mal mit dem buch ins gesicht ja ich habe erst mal alles drin gelassen ich sollte mir das dann wahrscheinlich später nochmal in ruhe so ich brauche noch eine ratte eigentlich könnte man auch mehr machen in your face mit dem buch und nochmal so die ratten sind auch fertig was bist du denn ist der böse das geld bedeutet der greift mich nicht an oder die spielanleitung klar gelb bedeutet ich muss mir den angucken ey freund jetzt zeigt mir nicht deinen hintern flächtenkopf er hat ihn hinter ok so jetzt muss ich mal gucken also einmal da drüben und der ist aber laut aurelia ist die träume ich du wolltest jedoch kein ja ich bin angefragt worden ich habe gedacht kommen gibt es dem spiel eine chance wir gucken uns das mal an was steht für full active time event diese öffentlichen aufträge tauchen peru jeder gerade vorbeikommt kann daran teilnehmen wenn ein feld in der nähe stadt ein hinweis auf dem bildschirm und dessen ort wird auf der karte markiert ah das ist das da ne du bist unter der empfohlenen stufe ja dann gehe ich doch mal weg krötenplage ich bin zu klein hat er mir gerade gesagt diese welt events so wir brauchen die da drüben ach so ich bin zu klein also kriege ich nicht so viel okay also heißt ich kann trotzdem mitmachen das ist egal welche ich verhau oder muss ich mit der da müssen wir diesen streifen da voll machen oder wow hoppala ich habe hier gerade ein bisschen wenig platz auf dem tisch das dein befehlen gehorcht ja ja mitten im bild kommt gut ach so lauf ist wieder freigeben ja das ist heilung und jetzt mein so nein nicht entfernt ja ich muss erst mal klar kommen hier muss ich jetzt so lange hier die wechseln bis ist der balken voll ist nee die haben das event symbol die kann man zum dreigen gut nehmen bis na ach da hinten wie die da die hier muss ich machen wer ist der erste tag dir ja die sind auch wesentlich einfacher die zwei ja hier äh 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 öh äh nicht die brauche ich gleich noch für die quest da kommt er doch deliberately geht äh äh das ist Dirk, ich bin halt, wurde gefragt, ob ich mir das mal angucken möchte und ich hab gesagt, komm, machen wir. Und ich hab noch 10 Minuten dafür. Sollten wir das schaffen, oder? Ah, ich bin nicht mehr alleine, guck mal. Ah, ich weiß nicht, wie kommt das wieder rein? Ähm... Da, nee! Hier ist, ist auch kein wenig klar, oder? Jawoll! Bam bam! geschafft so jetzt muss ich darüber weil ich brauche die buch in dein gesicht laufend Okay, das mit Meilen Und das hier Kann ich seine Leiste Irgendwo anders hinziehen Ah, guck mal Was haben wir denn hier? Bei Fuß Dorthin, bleib, schütz Aus Fass Alles klar Smaragd-Karfunkel Ja dann Okay, er kämpft mit So, ich brauch noch Ich bin gerade noch elektrisch geladen Paralyse Oh, jetzt hat er den Käfer auch noch mitgenommen Was greifst du auf den Käfer an, Mann? Der lebt ja immer noch, der Käfer Alter Der Pult ist viel, ne? Ich hoffe, der Pult gleich ist der 12er da oben Alter Der Pult mir ja hier alles Oh, nein Oh, nein Oh, nein Oh, nein Alter Alter Ah, die Pulten fassen Meine Güte. Der Kleine ist aber auch, ne? Tschüss. Ich hatte Sorge, dass er den da pullt. Da hatte ich echt Sorge vor. So, wir haben das fertig. Wir haben das fertig. Wir können wieder zurück. Meine Güte, ne. Haben wir eigentlich irgendwas bekommen? Weiche Tierhaut. Stückchen Qual. Ach so, Quests gegenstunden. Ja.